Musik Und er hat den beiden nicht noch gerade erheben. Ja, die zweite Position sicher. Also eine ganz, ganz schlechte Kugel. Er hat den Schnellschwing, kann kurzfristig sogar innen, wenn E-Mail gleichzieht. Aber hat diese zweite Position gar nichts sicher innen. Wenn er jetzt keinen Fahrfehler macht, dann holt er sich diese sicheren Zwei-Bogen. Das macht E-Mail. Damit sie hier noch einmal ihren Fahrtfahren demonstrieren können. Bei Excellency muss er aufpassen, denn der Schmiedel ist auf der Lunge und wartet auf die Chance, aber da hat er ganz nach hinten. Ein bisschen runtergewöhnt und am Kurvenausgang hielte der Motor einfach.